Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Gebrauch eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Entsuchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugehend. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt! Er will uns einfach raus schmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie! Ein Orpotonist! Ein rücksichtsloser Karriereist! Wie bitte?